hallo was sagt man bei euch bei uns sagt man hier in königswinter kevin ist richtig ist richtig bei uns sagt man ja im rheinland und ich komme ja aus koblenz von daher aber nichtsdestotrotz heute eine neue serie von eine neue serie eine neue sendung von mix tv und was wollen wir heute mit euch machen berliner aus der aktuellen ausgabe unsere kleine backschule da haben wir schon mal step by step gezeigt wie das mit den berlinern so geht und heute möchte ich die mit euch bei mix tv backen ich freue mich drauf sylvia du freust eigentlich nur wenige zutaten wir brauchen butter wir brauchen hefe ein paar eier ein bisschen passiert aber jetzt müssen wir den teig erstmal ansetzen wir brauchen dafür 125 gramm milch berliner ja wirklich ein traditionsgebäck an karneval hier in bonn köln und der umgebung kommst du ja an leckeren berliner nie vorbei und was ist schöner als ein gekaufter berliner ein selbstgemachter berliner also meine oma hat die früher immer selber gemacht dann haben wir sie aufgeschnitten und mit sahne gefüllt immer ein highlight mit sahne gefüllt 30 gramm zucker und 20 gramm hefe das werden wir dann fünf minuten 37 grad stufe 1 miteinander vermischen ich finde übrigens der steht hier außergewöhnlich gut so wie gesagt 3 minuten 37 grad stufe 1 dann kommen gleich noch das mehl die butter und zwei eier und ein eigelb dazu dann werden wir den teig 5-5 minuten kneten umfüllen rohen lassen und danach geht es schon los wenige sekunden ihr könnt auch gerne ein päckchen vanillezucker habe ich eben unterschlagen und gerne noch dazu tun und natürlich auch eine prise freuen sich nachher die kollegen oder nimmst du alle mit kevin wenn die überhaupt noch einen kriegen wie viel kriegen wir denn da raus ich denke so zehn zwölf stück ach so viele er sich jetzt auch nicht heute je nachdem die großwirse machen aber so ich sag mal ein guter durchschnitt von drei das ding ist natürlich so ein berliner ist ja auch der perfekte das ist einfach in der zuckrigkeit dann hast du dieses fetzige dabei ich finde der geht auch so mit so der geht so weg das ist wie quarkbällchen das habe ich früher auch eingegessen aber heutzutage naja na komm Silvia ich habe das eben auch an der bluse hier gemerkt naja früher war doch erst vor drei Jahren ach hör auf wäre schön Riese Salz ich weiß nicht Berliner das ist so so comfort food auch so ich finde das einfach ach es ist einfach einfach genial das ist so eine der wenigen Sachen was ich an Karneval mag sind Berliner nein Karneval ist schon okay kann man mal machen ich glaube wir haben ja auch schon wir haben auch schon mal Mutzemandeln ja letztes Jahr Mutzemandeln kann ich mal markieren bei YouTube könntest du das jetzt anklicken ja die sind ja auch die waren super lecker ganz einfach zu machen ja das sind so kleine wer da geht nochmal zehn die gehen weg so die Butter das verkneten wir jetzt fünf Minuten Teigknetstufen Teig kneten wie gesagt dann wird der Teig umgefüllt und wird für circa eine Stunde lassen wir ihn dann rum in der Zeit lassen wir dann auch schon mal das Fett manchmal erhitzen wir das Fett und ja dann teile ich die Berliner wir haben Rollmesser schön zu cool und so machen wir es gleich wieder wenn der Teig geknetet ist genug geknetet genug geknetet ich habe schon gesehen der Teig ist gut das sieht gut aus ich freue mich so ich rieche so gut nach Hefe auch ja also Hefeteig das ist einfach Hefeteig ist Liebe Teig ist super geht doch alles schön ab der ist wirklich schön geschmeidig da brauchst du nicht mal eine Teigblume ich habe die Schüssel ein bisschen mit Mehl ausbestäubt wenn ihr dieses Rezept nachmachen wollt dann könnt ihr das natürlich nicht nur mit dem Rezept in der Videobeschreibung sondern auch in der aktuellen Mix die 224 diesem Handel das ist unsere kleine Backschule die Berliner und wie geht es jetzt weiter eine Stunde an einem warmen Ort ruhen lassen und dann werdet ihr sehen wie sich der gleich verdoppelt hat also wir lassen den gehen und ihr holt euch die neue Ausgabe denn die Mix 224 die ist im Handel erhältlich und Step by Step erfahrt ihr wie ihr die besten Berliner der Welt macht natürlich nach Mix Rezept aber wir haben noch so viel mehr für euch in dieser Ausgabe es gibt die Aufläufe es gibt Fix ohne Fix Sandra Franica bietet uns ein paar tolle Rezepte Amelie ist dabei mit der Familienküche Cindy mit den Low Carb Gerichten wir haben Soul Food wir haben so viel für euch wenn ihr nicht nur eine Ausgabe der Mix lesen wollt sondern viele weitere dann könnt ihr die Versandkosten frei und auf Rechnung bestellen auf he-verlag.de oder ihr kommt direkt in den Mix Clubs kommt in die Mix Familie mix-online.de werdet Abonnentin oder Abonnent und sichert euch Vorteile die sonst kein anderer hat ihr bekommt die Mix eine Woche früher als der Rest in Deutschland ihr bekommt eine tolle Prämie für ein ein Jahres oder zwei Jahres Abo und ihr seid einfach Teil der besten Thermomix Familie Deutschlands die Mix Familie werdet Abonnentin und Abonnent sichert euch die Mix mix-online.de und gleich geht es dann hier weiter Silvia mit unseren Berlinern das ist heute der Hammer ich habe so Bock auf Berlinern ich sage dir wie es ist die Backmatte ist eingemehlt ich liebe diesen Duft ich könnte diesen Teig ja schon so essen bei meiner Oma durfte ich den immer früher probieren echt? ja ist auch geil der hat mir immer mal die frisch gelassen so bist du heute zu mir so ja wir teilen den jetzt in zwölf Stücke schau mal wie schön fluffig und geschmeidig der ist Silvia du bist die Hefeteig-Queen naja ich habe halt schon so ein paar Mal ja ein paar Mal hast du schon zwei, vier, sechs, acht, nein, zehn, zwölf habe ich gesagt ne? den dicken Onkel den willst du den kriege ich okay naja aber hiervon noch ein bisschen was gut man könnte doch natürlich jetzt ja doch du kriegst ja dafür ein mehr mein Gott so jetzt ist wieder der der Silvia Möfer-Move den macht keiner so geschmeidig wie sie machst du wieder einen Schluss rein? ja ja ich habe gelernt ja gut also die rollst du jetzt quasi einfach zusammen in Berliner Form genau ich falte den ein bisschen nur der Teig ist ja schon so schön gegangen den wollen wir jetzt nicht wieder ganz kaputt machen so da wollen wir jetzt schön zwölf Berliner die werden wir dann gleich nochmal ein bisschen abdecken damit die nochmal kurz gehen können in der Zeit würde ich es auch dann das Fett zum Schmelzen bringen und ja dann zeige ich euch wie man schaut dass das Fett die richtige Temperatur hat und dann fangen wir an unsere Berliner zu backen hier ist ein großer ich lasse dich mal lass mich mal machen ich lasse dich kugeln lass mich mal kugeln zwölf glückskugeln für euch die lassen wir jetzt nochmal schön ruhen und decken die jetzt nochmal ab für eine gute halbe Stunde und ja bis sie sich nochmal ein bisschen vergrößert haben in der Zeit lassen wir jetzt das Fett aus und dann geht es eigentlich ruck zuck gleich weiter ich erzähle aber kurz was ihr gewinnen könnt und zwar ein Klassiker von Manu und Joel Herzfeld Sweet Love Happiness süße Lieblinge aus dem Thermomix ja das muss sein heute oder wir machen was süßes also sollt ihr auch was süßes kochen können mit dem Thermomix Manu und Joel die beiden haben hier ein wunderbares Buch aufgelegt in der Edition Lempertz erschienen für euch von uns drei Ausgaben insgesamt drei Bücher ich will süßes in die Kommentare schreiben bis Samstag 18 Uhr Montagmorgen werde ich dann die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner benachrichtigen die schickt man dann eure Postadresse per E-Mail und dann geht euch eins der drei Bücher Sweet Love Happiness von Manu und Joel Herzfeld zu in der Edition Lempertz erschienen edition-lempertz.de wenn ihr weitere Bücher von Manu und Joel aber auch andere wie zum Beispiel aus der Mix-Tipp-Reihe bestellen möchtet ich will süßes, macht mit und gleich machen wir hier ganz süßes Gold in diesem Fett was noch fest ist, gleich flüssig ist und dann tolle Berliner gibt mmmm lecker so unser Fett müsste jetzt die richtige Temperatur haben ihr seht, dass da Bläschen hochsteigen ja man sieht es nicht ganz so gut jetzt hier aber jetzt sieht es man warte ich zoome mal ran so ja da sieht man also könnt ihr, wenn ihr keinen Thermometer habt könnt ihr so feststellen, ob das Fett die richtige Temperatur hat ja indem hier an einem Holzstab entsprechende Bläschen hochsteigen ich nehme jetzt mal zwei Berliner vier ah ja guck mal ja da geht's los die lassen wir jetzt drei Minuten, drei bis vier Minuten von jeder Seite dann drehen wir die gleich rum von der anderen Seite dann genauso dann werden sie in Zucker gewenzelt und dann sind sie dann bis auf die Fülle schon fertig und wie das geht, zeigen wir euch gleich hier bei WIXTV einer wollte schon unbedingt ja der hat Übergewicht gehabt mein Gott, schaut euch das an ja genau so müssen sie aussehen Berliner, Kräppele, Krapfen ja immer Krapfen ja immer Krapfen ah jetzt haben wir hier jetzt glaubst du den bayerischen, ne? waren Krapfen, oder? ja super mega Berliner haben ja immer so einen weißen Streifen, ne? das kommt jetzt davon, weil sie ein bisschen über der Fettoberfläche schwimmen ehrlicherweise ja ich bin jetzt doof da hab ich mich immer gefragt was ich immer gefragt jetzt weiß ich woher da weiß ich auch nicht ich darf schreiten kaum dank Silvia dank MIXTV unsere Berliner richtig, richtig gut also ihr seht ihr bekommt vier auf einmal jetzt hier in diese Pfanne rein ja die lassen wir jetzt noch ausbacken und dann wird gleich gewetzt also das Fett hatte ich auch schon mal genutzt hat man ja gesehen und das kann man ruhig auch zwei, dreimal dafür nutzen wenn es dann ramsig irgendwann riecht, sollte man es nicht mehr nutzen weil jetzt schmeckt die Berliner entsprechend aber hier, das war ja durchaus noch brauchbar also der Freund hier vorne, der ja, der hat sich nochmal gedreht so ich hab jetzt auch schon mal hier in den Zuckerwenzel da war ja der Erste, der auch fertig war ich finde das ja echt, also dass man, das ist ja so einfach auch selbst zu machen, ne? das zweite Mal super viel Geld in der Bäckerei ja, ich meine natürlich die Backkunst soll bitte auch unterstützt werden also geht gerne in eine gute Bäckerei ja, der nächste ab ins Zuckerbad lass mal das Fett gerade nochmal einen kleinen Moment in den Zucker liegen ach, den Zucker liegen ich werde gerade kurz erhitzen könnte man rein theoretisch, aber das ist jetzt nur wieder so eine naive Frage von mir weil du hast ja jetzt relativ viel Trockenheit schon oben auf der Oberfläche gehabt, ne? die einfach nochmal da drin drehen und dann direkt also jetzt mit dem Zucker nicht mehr, ne? okay, nein, ich meine bevor du sie in den Zucker wälzt ja, könnte dass du sie quasi gar nicht abschropfen lässt, sondern direkt doch, kann ich auch okay das wollen wir gleich mal machen, damit der Zucker vielleicht besser ja, ja wobei ich mach natürlich nachher auch nochmal wenn ich die jetzt anrichte werde ich nochmal ein bisschen Pulitz drauf machen, ne? ah, auch geil ja okay wir machen jetzt mal hier unsere nächste Fuhre ja gut, das sind wie beim Pfannkuchen, ne? wenn der erste Mal erledigt ist, dann gehen die anderen ratzfatz deswegen da jetzt natürlich immer schön aufpassen ganz, ganz wichtig wenn ihr mit Fett von Hause arbeitet, wisst ihr ja immer darauf achten, dass es nicht zu heiß wird kein Wasser drankommen lassen ganz, ganz wichtig und Kinder bitte mit Abstand weil Fett ist wirklich übel das fasziniert natürlich die Kids wahrscheinlich wenn sie das jetzt sehen aber bitte passt doch auf euch und passt doch auf die Kinder auf und dann würde ich sagen lasse ich dich jetzt die restlichen Berliner machen und dann müssen wir uns zumindest mal bei ein paar angucken wie es mit dem Befüllen geht weil das würde mich schon interessieren und sicherlich auch euch zu Hause also bleibt dran hier bei MixTV unsere Berliner zum Jäckenfest zu Karneval Allah und Helau so, um euch kurz zu zeigen wie wir diese befüllen würden habe ich jetzt einfach mal ein bisschen Marmelade vorbereitet wir haben jetzt ein bisschen Zwetschgen-Marmelade vorbereitet die habe ich in die Spritztüte gefüllt die ist jetzt so eine Einmal-Spritztüte die nehme ich eigentlich immer am liebsten weil die anderen sich ja nicht so einfach reinigen lassen und hier mache ich nachher das Oberteil ab und kann man dann ganz einfach entweder die Spülmaschine tun oder auch per Hand spülen und dann habe ich jetzt vorne die Spritze drauf dann steche ich jetzt einfach hier rein und lasse es und füllen so einfach so schnell bei uns magst du lieber mit Füllung oder lieber ohne ja, gerne mit bei uns in der Mix Sparwelt auf hil-verlag.de schrägstrich mix schrägstrich mix minus sparen gibt es von Stetter ein ganz tolles Spritztüten Set zu einem unschlagbaren Preis schaut da auf jeden Fall mal rein und ich würde sagen tatsächlich jetzt habt ihr mal das gesehen hier guck mal hier so muss das aussehen schön befüllter Berliner den werde ich mir gleich gönnen Silvia wir schrägstrich jetzt auch mal vor den Zucker dann ist das unsere Empfehlung zu Karneval 2024 Berliner aus der aktuellen Mix 2,24 Silvia wir lassen es uns gleich richtig schmecken und werden gemeinsam in die Karnevalssitzung gehen so werden wir es machen aber ihr vielleicht also Karnevalssitzung ich dachte wir essen jetzt zusammen bei Berliner das machen wir wir machen euch einen schönen Kaffee und gönnen uns den Berliner genau einen schönen Macchiato da Cappuccino oder einen einfachen Kaffee dazu und lecker Berliner frisch schmecken sie am besten und ja lauwarm natürlich auch noch und ich muss jetzt mal die restlichen rausholen also bis nächste Woche bis nächste Woche da haben wir auch wieder was leckeres für euch was zum Aschermittwoch passen wird macht's gut bis nächste Woche feiert nicht so doll und immer schön artig bleiben genau tschüss 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 Vielen Dank.